Hi! Das ist mein erster Versuch, so etwas wie einen Videoblog zu erstellen. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich fortsetzen werde. Aber, ähm, sollte das gut klappen, sollte das gut ankommen, schauen wir mal, mache ich das vielleicht öfter. Denn es gibt viel zu erzählen, manchmal mehr, als es wirklich aufzuschreiben möglich ist. Und vielleicht wird das einfach eine persönlichere Art und Weise, mit meinen Bloglesern zu kommunizieren und, ja, schauen wir mal. Wäre auch eine gute Idee, wenn es noch mehr Videos gibt, oder? Lasst mir bitte Feedback auf dem Blog in Form von Kommentaren, damit ich weiß, ob ihr vielleicht noch mehr Videobotschaften haben wollt. Ansonsten lasse ich das halt sein. Also, ich empfehle mich, ich wünsche euch was und ab nächsten Mittwoch bin ich in Israel. Dann gibt's mehr Neuigkeiten in Form von Bildern, Berichten und so weiter. Oder Videos, wenn ihr wollt. Also dann, macht's gut!